So, so gefällt das einem Giorgi. So, und jetzt noch mal drehen, aber bitte langsam. Wie oft sollen sich die zwei denn noch umdrehen? Das sind doch keine Pfannekuchen. Nein, da kommt's doch auf jede Kleinigkeit an. Kleinigkeit ist gut. Ich hab gar nicht gewusst, dass es die Dinger in der Größe gibt. Ich glaub, du hörst jetzt mal ein Saufer auf. Immer wenn du saufst, wärst du so ordinär. Ich hab mir gedacht, grad das gefällt Ihnen an mir. Stimmt auch wieder. Also. Errollen, wenn's nicht die Steuerfahndung ist. Ich hab mir ein bisschen nass gemacht. Jetzt geh halt rein. Der Chef erwartet uns doch. Grüß Gott, Chef. Entschuldigung, wir wollten nicht stören. Sie stören doch nicht. Wir feiern da grad eine kleine Orgie. Eine Orgie? Eine Orgie heißt das, ich muss mir jetzt nackert ausziehen und dann besuffene Weiber an Busen und dann mit die Peitschen drüber. Das war bloß ein Witz. Ach so. Der war jetzt sehr lustig, Chef. Also wirklich, der war jetzt... Ja, so lustig war der auch wieder nicht. Ja, so lustig war er auch wieder nicht, aber doch schon ganz schön... Wenn wir ehrlich sind, war er überhaupt nicht lustig. Richtig. Was? Er war überhaupt nicht lustig. So, das heißt denn, dass ich nicht lustig bin? Ja. Nein! Wie? Äh, also setzen Sie sich hin, meine Herren. Da komm ich jetzt nicht her. Äh, das heißt Westermeyer. Sie können eigentlich wieder aufstehen. Ah ja. Oder noch besser, legen Sie sich hin. Was? Haben Sie ein Problem da mit Westermeyer? Nein. 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 Na, Kleinschmidt. Kleinschmidt, was klotzen Sie so? Haben Sie noch nie in einem Leben nackerte Weiber gesehen? Ja, aber ich bin doch bei meiner Oma im bayerischen Wald aufgewachsen und... Ja, und da gibt's keine Weiber? Doch! Aber die haben ja alle so ausgeschaut wie meine Oma. Auch die Jungen... Er ist ja blöd. Er ist wirklich saublöd. Er ist wirklich saublöd. Wer ist der Meier? Ja. Hat Silvia gefragt? Nein. Mal aus einem Purzelbaum. Nein. Das ist ja auch so blöd. Das ist ja auch so blöd. Das sagst du ausgerechnet wie du. Meine Socken haben einen höheren IQ wie du. Nee. Das stimmt jetzt wirklich. Sie ist wirklich saublöd, Chef. Für den Fliegestützen. Okay. So, Hasi. Komm, jetzt gib ihm einen kleinen Filter auch mal ein Glasl. Na klar, das mach ich doch. Dafür bin ich doch da. Freilich gib ihm auch ein Glasl. Ein Glasl Champagner kriegt er auch, der Herr Kleinschmidt. Vielleicht braucht er auch sogar einen Strohhalm und ein Schnitzitrutscherl. Das hast du sehr schön gemacht, Nizilein. Und jetzt haltst einfach mal eine Zeitlang die Pappen. Also, meine Herren, was führt Sie zu mir? Ja, Chef, es ist ja so, Sie haben gesagt, Sie hätten die außerordentliche Güte. Und Sie wollen uns ein paar Titten zeigen. Was? Ein paar Tippse. Tipps, Tipps, Tippse geben. Tippse. Ah, jetzt weiß ich wieder. Genau, richtig. Entschuldigung, könnte ich vielleicht doch einen Strohhalm? Was? Nein, nix. Es geht auch so. Jetzt, meine Herren, schrauben Sie sich mal ein bissl locker. Ja, ich bin total locker, Chef. Ich bin so was von locker. Super locker bin ich. Schauen. Dreimal, ich bin ein Esel. Ich bin ein Esel, ich bin ein Esel, ich bin ein Esel. Ist ja blöd. So, und jetzt gebe ich Ihnen mal eine Stunde, gebe ich Ihnen jetzt, wie Sie sich durchsetzen können in der harten Branche der Mieterwarenindustrie. Regel Nummer eins. Sie lieben Ihr Produkt. Schau klicken gerne mal dahin. So. Jetzt, sagen Sie mal, Kleinschmidt, haben Sie sowas bei sich daheim schon mal gesehen? Mhm. Da sind die Zeitschriften. Ja, die 20 Weiblichen. Bei denen daheim waren wahrscheinlich die Kühe. Na ja, gut. Frauen und Kühe. Vom Unterschied her ist das ja auch nicht so. Hä? 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 Jetzt, Kleinschmidt, langen Sie mal hin. Wohin? Ja, den Stoff. Langen Sie mal den Stoff. Auch ruhig einmal unter das Foto. Einfach mal die Qualität spüren. Hä? Was sagen Sie, Kleinschmidt? Ich hab Angst. Vor was haben Sie denn Angst? Dass ich schwanger werde. Was? Was? War ein Witz. Das war jetzt aber gar nicht lustig. Dass ich schwanger werde. Das ist nicht lustig. Stimmt. Wer ist der Meier? Jawohl, Chef. Sie sind entlassen. Aber, Chef. Wollen Sie mir widersprechen? Ja? Äh, nein? Äh, ja dann... Auf Wiederschauen. So, Kleinschmidt, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte, wie man Leute rausschmeißt. Verstehst? Mit einer Autorität. Haben Sie's verstanden? Versteh ich, Chef. Ja, und jetzt Sie. Was? Schmeißen Sie Mietzi raus. Was? Spielst du? Ja komm, irgendwann wär's doch sowieso geflogen, oder? Ach so. Dann kann der Kleinschmidt schon mal ein bisschen üben, nicht? Ach so. Ja, aber Herr Rammerl, das ist doch moralisch jetzt nicht. Moralisch, moralisch. Wir sind in der freien Marktwirtschaft, da gibt es keine Moral. Verstehen Sie das? Ich glaub schon. Ist sie so teuer? Ja, so teuer, so teuer. Was kommt jetzt mit Teuer wieder her? Ja, kapiert's einfach nicht. Die ganzen Versicherungen, nicht? Äh, 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 Arbeitslosenversicherung, die ganzen Krankenversicherungen und so weiter. Und dann ist sie eine Frau, da kann's mir als Unternehmer passieren, wenn ich Pech hab, dass sie ankommt und hat einen Braten in der Röhre, nicht? Ich nehm die Pille! Ja, Hasi, einmal im Monat. Das ist besser als gar nix. Ja, ja, freilich. Da nehmen wir doch lieber eine Leiharbeiterin. Denn die kostet mir die Hälfte, wie ihr Sie da verstehst. Und wenn's ein Polin ist oder ein Tschechin, dann kostet mir das Firbelde. Und wenn mir irgendwas nicht passt bei derer, wenn's mir aufm Seier geht oder wenn mir ihr Kaffee nicht schmeckt, dann hau alles raus, dass die Schuhe einen Strimp verliert. Haben Sie das verstanden? Ja, glaub schon. Gut, dann fassen Sie jetzt einfach noch mal zusammen, was Sie heute bei mir gelernt haben. Sie sind ein Schwein. Was? Was? Ja, ein verlogenes, arrogantes, über Leichen gehendes, amoralisches Schwein. Ja, klein Schmidi, sagen Sie's ihm! No, sagen Sie's ihm! Und ich, ich wär gern auch so wie Sie. Was? Und ich hätt auch gern so einen Ferrero. Ferrari? Ja, den hätt ich auch gern. Und ihr Date und ihr Reviver und ihr Frühstücksei und alles. Und ich tue alles, was Sie von mir verlangen. Die, 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 die satzt doch alle zwei die Luft woanders an. Es gibt... So und du billige Schnipsel! Du scherzes Nacht! Du bist nicht lassen, vertest! Und jetzt schleichst ich! Weil! Da herrinn weht ab jetzt! Weil da herrinn weht ab jetzt ein anderer Wind! Weil ich... Ich bin ein Schwein! Ha! Kleinschmidzi, g'frein' mir! So und Sie haltens Mai und schen' mir ein Schappel sei! Ha! Hallo! Ja, grüß Gott, liebe Freunde! Schön, dass Sie alle meiner Einladung gefolgt sind. Ich darf Sie als Chef in der Ranzl Brauerei aufs Herzlichste zu unserem allseits beliebten Rabiato-Anstieg begrüßen. Uns ist heuer wieder ein hervorragendes Starkbier gelungen. Unser Braumeister hat gesagt, der Rabiato ist heuer so gut, der ist fast zu schade zu wieder hinausbrunzen, gell? Aber es hilft ja nix, gell? Was drin ist, muss wieder raus! Und als erstes möchte ich natürlich ganz herzlich unseren ersten Bürgermeister, Herrn Lohmann, begrüßen! Schön, dass Sie da sind! Herr Lohmann, wir wissen alle, Sie sind gebürtig in Köln, aber sagen Sie mal, wie lange sind Sie hier schon in Güldenstadt, im schönen Oberbayern? Hm, Spatzl, äh, es werden 28 Jahre schon sein. Ja, und da wissen Sie immer noch nicht, dass das Getränkte Sie da gerade in der Hand halten, dass es kein Morsel ist, sondern eine Mass. Hä? Ja, Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Also, ähm, begrüßen möchte ich auch natürlich noch unseren zweiten Bürgermeister, Herrn Saalfeld. Grüß Gott, herzlich willkommen! Ja, Prösterchen zusammen! Dann wünsche ich uns einen guten Durst bei dieser Maas. Maas, es heißt Maas auch für den Preis ein kurzes A, scharfes S. Maas, es heißt nicht Moas oder Maas, es heißt Maas, Herr Stoff, zeig noch mal rein! Da kann ich mich schon wieder so aufregen! Ach, Frau Ranzl, jetzt regen Sie sich doch ab! Hier, fehlen übrigens die Brezeln. Ach, ach, Brezeln! Diese braunen, geschlungenen Backwaren heißen Brezeln, Brezeln! Das ist das Zeug, den der George Bush einmal fast verregt war. Das da sind Brezeln! Herrschaftszeiten noch einmal, sag ich's fein nicht, gell? Ja, äh, herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch unseren Kreis-Heimatpfleger, Herrn Georg Bremer, der jetzt als Bruder Barnabas in der heutigen Fastenpredigt uns kräftig Televisten lesen wird. Schauen Sie, Herr Bremer, jetzt geht's los! Ja, grüß Gott zusammen, grüß Gott miteinander! Freut mich, dass Sie alle gekommen sind. Ja, was seh ich denn da? Es sind ja heute gar keine SPDler unter uns! Die hab ich wohl letztes Jahr in der Fastenpredigt so hergenommen, dass sie sich nimmer hergetraut haben, gell? Aber grad bei unserem Ober-SPDler, beim Herrn Schumacher, da wundert's mich natürlich schon, gell? Dass der die Freimassen nicht mitgenommen hat heute. Ja, ja, das hätte es früher nicht gegeben, gell? Ja, freilich. Aber früher hätt's halt auch nicht gegeben, dass die CSU bei uns nicht mehr alleine regieren kann in Güldenstadt, gell? Da hat man halt einfach als Spitzenkandidaten der CSU eine Parkuhr aufgestellt und die ist dann automatisch Oberbürgermeister geworden, gell? Und jetzt hat man die Parkuhr zusammen mit den Freien Wählern regieren, gell? Das ist schon ganz blöd gelaufen, gell, Herr Lohmann? Ja, 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 ja! Haben Sie das im Fernsehen gesehen beim Nockerberg, dass man auch dann lachen muss, wenn man grad zum Deppen gemacht wird? Ja, genau, ja, ja! Herr Schaffzeiten, gut ist ja! Und Sie, Herr Saalfeld, der zweite Bürgermeister, was macht der eigentlich? Außer, dass er bei irgendwelchen blöden Empfängen den nordböhmischen Volkstanzgruppen-Grüß Gott sagen muss, weil der Oberbürgermeister keine Zeit hat, weil er bei einem anderen blödsinnigen Empfang den südböhmischen Volkstanzgruppen-Grüß Gott sagen muss. Kommt man sich da nicht vor wie ein Vollidiot? Ja, Sie schauen sich auch immer Nockerberg an, gell? Ja, ja, ja! Ja, und finden Sie das eigentlich normal, Herr Saalfeld, dass das Gartenbauamt von Güldenstadt auch Ihren privaten Garten immer kostenlos herrichtet? Ja, da brauchst du gar nicht so blöd lachen, Herr Lohmann! Da brauchst du gar nicht so blöd lachen! Ist das eigentlich ein Zufall, dass ausgerechnet die Baufirma, die grad den Renovierungsauftrag fürs Rathaus gekriegt hat, dass die ihre private Villa umbaut? Ist das Zufall? Ja, das ist ein Pfundiger! Ah, super, ja! Wer hat euch zwei eigentlich ins Hirn geschissen? Ich sag mal, ihr seid doch für mich die größten Volk! Jetzt sind's halt nicht so! Die zwei kommen doch sonst nächstes Jahr nimmer! Das tut mir scheißegal, ob die nächstes Jahr kommen oder nicht! Ja, wirklich? Von mir aus da stippen die an ihre Brezeln und an ihre Morsi! Verstehst? Von mir aus kommt überhaupt keiner mehr von dem Geschwärl da! Das weiß doch keiner, wie schwierig das ist, dass man so fast ein Predigrampf-Dreck rausschwitzt, wo nix passiert in unserem blöden Kopf! Es passiert doch nix bei uns! Was soll denn bei uns für ein Skandal passieren? Ja, das weiß doch ich nicht! Irgendwas halt, was ich, dass von mir aus ein Riesentrum-Fußballstadion gebaut wird für einen Verein, der wahrscheinlich demnächst in der Bezirksliga rumstolpert! Das passiert doch bei uns nicht! Irgendwas! Irgendwas! Dass was passiert! Dass von mir aus... Ich weiß nicht, dass die Tür aufgeht und der Stäuber kommt rein! Irgend so was! Freilich wird da die Tür aufgehen und der Herr Stäuber kommt rein! Oh Gott, isch will ich! Oh Gott, isch will ich! Der Herr Stäuber! Wie kommen Sie denn, Herr Stäuber? Wie kommen Sie denn? Was haben Sie? Darf ich mich Ihnen anbieten? Darf ich Ihnen was anbieten? Einen frischgezapften Rabiator? Ja sowieso! Da schaut's her! Herr Dr. Stäuber, Herr Dr. Stäuber! Meine Damen und Herren, es gibt ja noch das ein oder andere, sozusagen nachzutreten! Also zu sagen... Meine Damen und Herren, ich bin mir natürlich mit mir schon darüber einig, dass meine Nachfolger schon versuchen, mir nachzueifern, aber sie werden mich nie erreichen! Man könnte auch sagen, was der Bauer versteht, das weiß der Knecht noch lang nicht! Ja, da rächt sich jetzt eben die Fabel! Wie heißt's so schön? Man soll eben das Fell des Bären nicht erlegen, bevor der Bär selber nicht den Brunnen hinunter nach Athen geschwommen ist! Oder man soll eben nicht mit Spatzen auf Bären schießen! Oder der frühe Vogel pfeift den Wurm von den Dächern! Oder auch wer nicht geht zur rechten Zeit, der muss das Amt ausüben, das übrig bleibt! Und dann steigt plötzlich nach der Landtagswahl, wie Unox aus der Dose, wie Phoenix aus dem Seehofer der Horst, aus der Dose, aus der Asche sozusagen, schmarrn wieder und stellt sozusagen das ganze Führungstandem für immer in den Radlkeller! Aber Tandems, die zählen unter Fahrrädern und dafür gibt's keine Abwrackprämie! So ein Mist, meine Damen und Herren! Dafür hat man jemanden, der als abgewrackt galt, längst wieder sozusagen aufpoliert, wenn Sie so wollen! Sie sind ja totgesagt, die leben eben länger, das sieht man nicht nur an mir oder am Horst Seehofer, sondern auch an der Monika Hollmeier, meine Damen und Herren! Ja, jetzt ist sie ja wieder auferstanden! Als Oberfränkin, meine Damen und Herren, der Strauß, wenn das wüsste, der würde sich im Grab umdrehen! Ja, der würde rotieren, meine Damen und Herren! Wenn man da eine Turbine anschließt, dann könnte man ganz München zehn Jahre lang beleuchten damit! Meine Damen und Herren, die Hollmeier, wiedergeboren als Oberfränkin, das ist wie, als wenn du als Hindu ist, als Angler stirbst und als Wurm wiedergeboren bist! Meine Damen und Herren, die Hollmeier hat ja jetzt innerhalb der CSU auch schon einen eigenen Arbeitskreis gegründet für buddhistisch-sozialistische Europaabgeordnete, kurz BSE! Jetzt fehlt bloß noch, dass der Transrapid wiederkommt, gell! Also zum Beispiel zwischen Wirtshaus und Pfarramt oder Kirchen am besten, dass man schneller in Dings kommt sozusagen! Oder dass ich wiederkomme vielleicht als Bundeskanzler! Ich hätte mich jedenfalls nicht getraut, die Angela Merkel zu kritisieren! Entschuldigung, den Papst zu kritisieren, so wie diese Angela Merkel! Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Papst ist ein Bayer! Und damit für Ostdeutsche unantastbar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich lasse mir von dieser Merkel, von dieser zwangsfrisierten ostdeutschen Frustlädchen nicht meinen bayerischen Papst kritisieren! Bei uns gilt immer noch das alte Testament, meine Damen und Herren! Ich habe fertig, ja! So glücklich, ich bin sprachlos! Also, das ist ja wirklich... Das ist das Schönste! Das ist das Schönste widerfahren, Herr Dr. Stolbjörn, was überhaupt passieren hat, gell! Das kann ja durch nichts mehr übertroffen werden, gell! Es sei denn, es wird an der Tür klopfen und der Papst kommt rein, gell! Servus, ich bin der Bonzer! Kurze Frage! Braucht hier jemand flache Fernseher? Plasma oder LCD? Keine Ahnung, ich sei so flache Fernseher, weißt du... Mit Festplattenresiver oder ohne? Weißkopf, frag mir irgendwas, was ich nicht weiß! HDTV-fähig oder nicht? Was, HIV? Willst du mich verarschen, oder was? Sag's mal, Herr Gonzo, was sind denn diese, 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 diese Fernseher? Die sind draußen, weißt du, die sind von Lastwagen runtergefallen! Um Gottes Willen, hoffentlich ist da keiner kaputt! Sag's mal, machen Sie auch Tauschgeschäfte, Herr Dingsdings! Was hast du anzubieten? Ja, also ich hab noch einen durchgeschwitzten Anzug von Franz Josef Strauss, einen Trachtenanzug! Den nehm ich, den nehm ich! Den verkauf ich an Seehofer, der zahlt ja für jeden Preis! Komm, schlag ein, Weißkopf! Danke schön, meine Damen und Herren! Das war's auch schon wieder für heute! Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Monika Gruber, bei Guido Kanz, bei Stefan Bauer, bei Wolfgang Krebs! Wir kommen im Mai wieder dann mit Peter Schaap und Willi Astor! Lassen Sie sich nicht unterkriegen, bleiben Sie, wie Sie sind, was anderes bleibt gerne eh nicht übrig! Dankeschön! Applaus